Links, 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 da links, da sind zwei, eine ist tot, eine ist tot, einen habe ich da auch, naja warte, den anderen hole ich auch. Da ist er, hat mich gleich, bye bye, ich habe ihn, alles gut, der andere hat mich gehabt, der andere kann sich auch lutschen, beide tot, Präzisionsschlag, Präzisionsschlag, ja ja warte, ne ne, ja Mörser, oh mein Gott, bruder, was haben die, ja ja warte, ich hole dich gleich, der Zoe muss erst in Ruhe luten, erst, erst, schön luten hier und dann, Heute ein DMZ Gameplay, richtig, richtig witzig, vor allem am Ende, was da alles passiert ist, es war einfach purer Chaos, hat aber richtig Spaß gemacht, schaut euch das an und sagt mir, ob ihr auch DMZ richtig cool findet oder nicht, bald ist ja eine neue Season da, ich bin gespannt, was alles rauskommen wird und genau, lasst einen Kommentar, Abonnierst den Kanal, würde mich sehr, sehr freuen und schaut's gerne auf Twitch vorbei und das so 20, stream ich jeden Tag, jetzt versuche ich auch wieder aktiv, Content hochzuladen, viel Spaß beim Gameplay und bis zum nächsten Mal, heid. Aber ja, ich würde auch auf so einen Tower gehen, wo ich kein Handy empfangen habe, würde nichts wie mitnehmen, das ist, in 800 Metern Höhe hast du kein Handy empfangen, das ist schon ganz klar, also vor allem, wenn du auf dem Fernsehturm bist. Haram, Alter, wie könnt ihr die ganze Zeit sterben? Wieso? Ich will nicht mal im Gameplay, warte es mal. Mein Gott, Momo, sind die schlecht, wo ist denn mein Kopfhörer, warte jetzt mal eine Sekunde, ich muss meine Kopfhörer wieder rein, misst euch, ich kaufe mir zweimal in Folge, abladen, unendlich, unendlich Platten? Wie könnt ihr die ganze Zeit sterben? Wir sterben noch gar nicht. Ich habe nicht mal Sounds an und überlebe, die sterben ganze Zeit ohne Sound, Katharina. Ja, komm, wir gehen noch mal zum Shop zurück, so hier. Warte mal, was war, ich habe nur drei Platten. Die waren gerade am Shop, du hättest ja unendlich kaufen können. Ja, ich habe gerade nicht welche gegeben. Was macht ihr da oben eigentlich? Wir haben die Mission gemacht. Ah, okay, was ist der Plan? Wollen wir, können wir Gegner pushen? Das ist das Gegner. Ja, vor allem kommen wir oben. Die richtige Gegner sind Bots. Wollen wir nicht die Gegner mal pushen? Ja, aber die gehen so schön in einer Reihe. Für was genau? Einer Steelcrack. Achso, ja, das war wegen dem Apple-Event am Donnerstag. Das ist, äh... Da hinten ist auf jeden Fall Action, weil da ist der Waffenkoffer und da sind auf jeden Fall mehrere Teams. Das ist am Donnerstag, ach, das ist da in München, in Teil, Sven, da Apple Store in der Stadt. Ich glaube, die machen an dem Tag, glaube ich, komplett den Laden zu wie irgendein Presse-Event. Keine Ahnung was genau. Und dann hat er mich gefragt, halt so Sachen wie... Auto? Äh, ob ich ein neues Gerät brauche oder welches Gerät ich brauche oder was. Er ist ein richtiger Gegner. Ja, ja. Komm, ich push den, Pista, komm. Warte. Landet er? Er springt da, 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 da. Da, er ist Solo, er ist Solo. Warte. Er will mich töten, aber er kann mich nicht töten. Er kann mich nicht töten. Ich gesniped aus der Luft. Ja, warte, ich töte ihn. Warte. Einer down. Einer down. Da ist er, er läuft da überall, Sven, da. Ich muss nachladen. Deine is down, sagst du. Warte. Ich bin hier in der Mauer. Er pusht mich. Er pusht mich. Warte. Er pusht mich. Er pusht mich. Ja, warte mal, warte mal. Wo ist der? Links von mir irgendwo. Oh, da, irgendwie im Haus, im Haus. Warte. Hä, wo, oder unter mir. Ja, da in dem Haus oder unter mir, Sven, eins in den beiden. Ja, irgendwo, da sind sie hin. Aber es war nur einer. Ich habe nur einen gesehen. Ich muss, es ist ein Gegner, davon, oder bot. Ich habe einen Gegner. Da, 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 da. Hinter dem Haus, warte. Er ist gut, dass jeder eine Muni mehr. Also ich habe, warte. Ein halbes Neugazin. Er ist in dem Haus drin. 100% in dem Haus. Hast du die Sachen mit 1 von 14 pro Mal? Bei dem Shop? Nee, bei dem Shop ist keiner. Über welchem Haus? Bei dem Haus, was ich mag. Warte, ich habe eine Idee, ich habe es dir. Ja, da ist der Shop dran. Da ist er. Ja, nein, 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 nein. Da ist er. Da ist er. Genockt. Genau, aber warte mal, warte, das war nicht. Ich glaube nicht. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Hab ich, hab ich. Wie verstecken. Haar. Ja, was ist das für ein Spiel eigentlich, Ghost? Ich schwör. Oh mein Gott, was haben die alle? Ich hole nicht gleich. Ja, das, Jake. Das ist zu geil. Ich glaube hier drin in der Muni-Kiste. Nee, wir haben auch über Teil geredet, Ghost, über, genau, über Bali, blablabla, weil seine Familie, seine Teilsfamilie, seine, äh, von der Frau, die Seite kommt aus Indonesien und es war halt so witz, so Zufall. Und dann hab ich halt geredet über, äh, äh, über, warte, was, was, was? Dreier Plattenweste? Soll ich eine verbesserte Drohne kaufen? Ja. Ja, dreier bräuchte ich. Ich bräuchte aber ein Teil. Ähm, ein Teil, äh, verbesserte Drohne, soll ich eine verbesserte Drohne kaufen? Soll ich eine verbesserte Drohne kaufen? Komm, ich kaufe eine. Du kannst doch eine kaufen. Mal 25 Platten. Ja, kaufe mal noch eine verbesserte Drohne, da sind noch verbesserte. Warte, oh, 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 er kauft ganz viele Platten. Drei. Oh nein. Zwei. Stößt es ab? Okay, das bleibt diesmal, schau. Hä? Ich hab eine, kaufe doch eine verbesserte. Komm, wir verbesserte kaufen eine und dann pushen wir die Gegner, wenn ihr wollt. Aber was ich sagen wollte, ist, weil ich gesagt hab, äh, auf Bali hab ich die ganze Zeit mein iPhone benutzt für Navi, aber ich muss das dieses Mal so raustun beim Rollerfahren und hab ich gesagt, da wäre wahrscheinlich, äh, praktischer gewesen, eine Smartwatch zu haben, also Apple Watch. und dann hat er gesagt, ja, das sollte kein Problem sein... Echte Gegner? Wo, 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 wo? Komm, wir pushen die, komm. E-g, eh, g, gdx, fült. Ja, dann gehen wir pushen, wie die jetzt, komm. Ja, ja, die gehen, komm, wir sehen. Nimmt mal Prezi mit, wenn ihr gibts. Ja, ja, die haben gelungen. Ja, einen hab ich, einen hab ich. Ich komm, es denkt Prezi. Dann schlag drauf. Aus Auto. Schlag auf das Auto drauf. Warte, 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 ich hab ne, warte. Alter, er haut ab, der Pizza. er haut einfach ab weil er angst hat er hat ja nur ein hund und er hat gesagt es sollte kein problem sein die in smart apple watch zu besorgen wo sind die weg gefahren ich habe verbesserte noch soll ich sie rausballern da wird geschossen das ist geschossen ich war verbessert heraus so schon ob wir sie sehen wie er kommt wieder fahrzeug er kommt wieder weiter die kompatte dass sie kommen er steigt aus er wird sterben ich nehme auch eine breite was für apple watch für die rolex habe das problem ist so ich wollte ihm nicht sagen hey ist ich wollte eine rolex nicht nach bali mitnehmen weil es und es ist nicht praktisch eine rolex in solchen ländern was ist mein du weißt nicht am ende ist und dann habe ich gesagt ich habe meine und meine uhr nicht mitgenommen weil es nicht praktisch ist wir haben nicht sagen und habe gesagt ja so eine neue apple watch können wir besorgen sollte kein problem sein ich nehme auch eine ja ich habe noch nie eine apple watch ich habe alle alle apple geräte bis heute aber keine wo es noch gegen das werden wir haben doch die vermesserte drohne er war an der verpresserten da sieht auch jeder bot wie ein gegner aus und jeder gegner wie ein bot das ist aber das macht gar keinen sinn verbesserte drohne oder was ist ein bisschen schmutz er ist es halt im vergleich zur normalen drohne über den größeren ist die ganze map und nicht nur in deinem umkreis aber ich glaube weil der gegner gerade jetzt eben sah aus wie bots als markierung für mich nicht wie ein gegner voll schlecht gemacht ok war das klar warum ist es steht immer weg zuerst ich meine jetzt geht hier kommen schon mal alter die haben so viel leben hinter uns meine ja der hede ich darum gibt mir platten wie viele leben haben diese verdammten bots und sonst es gibt keine produkte gerade groß was ich sagen würde das produkt muss man haben bei apple ich finde ich weil ich benutze ganz viel ipad von denen von also den den ipad pro weil er größer ist so fast was sind das 4 13 zoll ipad pro und darauf kann ich halt gerade echt bilder und zu bearbeiten ganz angenehm und neues iphone mehr brauche ich wie gerade nicht was ist mein kein app kein macbook ein imelk kein ich weiß nicht was sie alles haben ja wie kein ein ein apple tv ein vegane watch vielleicht noch so zum praktischen wenn du wenn du beispielsweise was geil ist dass wenn du berge wandern geht oder so vielleicht apple watch ist gar nicht so dumm naja mehr brauchst du vielleicht noch eine apple watch gar nicht so dumm obwohl er gesagt hat ich höre ganze zeit nur wie den jack mobs und zwar was ich sagen wollte ich bin weg um zu mobben oder was ich bin weg um zu mobben oder was wir mal jetzt gegner mal wieder pushen jack du stirbst du musst dir leben geben ich hab doch gesagt katharina ich hab's noch vor habe ich nicht gerade gesagt es gibt sonst nicht es gibt sonst nicht er gehe gerät mäßig groß was man sagt wo das gerät braucht man gerade irgendwie wissen sich bei ja zum wandern vielleicht wirklich wenn du ein bisschen wandern gehst so eine apple watch vielleicht und was wir können nicht weiß wo ich noch apple watch jake praktisch findet wenn du wenn du zum beispiel wird jetzt sogar warten der waffenkoffer der kommt zu uns ja dann lassen wir uns den haupt sind weißt du was praktisch ist apple watch wenn du zum beispiel so business meetings hast und mit leuten sich triffst und dann kaffee oder so trinkst und du kriegst ganze zeit nachrichten und du holst dein handy raus das kommt voll scheiße das kommt so unprofessionell und wenn du aber auf dein handy auf deine uhr siehst auch keine gegner hier oben einer kommt die runden genau das wasser kommt der erste ist tot wir haben sind die warte wir auf sind ich will einen auto einer einer ist hier oben gewartet ich muss mal niemals eine waffe ausgestiegen ausgestiegen ich habe keine wurde mehr ja warte warte dann will mich überfahren ich kann ihn nicht einstecken doch ich habe hunderttausend geld das richtige gegner ich bin tot Ich bin tot! Ich bin tot! Ihr könnt ja doch mal fucking pingen! Gar nicht! Schau doch einfach auf die Map! Hier laufen nur Bots rum! Nein! Da ist doch richtige Gegner! Guck doch genau hin! Was ist los mit dir? Da sieht man das doch! Wie richtige Gegner? Ich hab keine Teile, ich hab keine Westen! Das ist doch... Ist das ein Gegner mit dem Auto? Oder ist es ein Bot? Nein, das im Auto ist meiner Meinung nach ein echter! Warte! Das ist die richtige Gegner! Auto explodiert gleich! Warte! Das ist so viel Geld ich hab! Warte! Gib mir kurz den! Wie viel Geld ich hab! Wie viel Leichen hier oben rumliegen! Schau das mal an! Ich hab einfach fast 100.000 Money! Zum anderen brauchen wir eigentlich was für Recht! Ich wurde so geplündert! Meine Weste ist weg! Alles Digga! Ich wurde einfach nur geplündert! Ich lieg da oben und hab einfach nur geplündert! Ey ich hab einfach fast 100.000 Geld! Das ist ja echt nichts mehr! Warte! Präzision mitnehmen! Und das hier weg holen! Wir müssen rufen! Wir müssen rufen! Schau mal wie viel Geld! Wie viel Geld! Haben wir noch eine Drohne? Ich hab noch einen Prezi! Ich glaub die Gegner werden gleich kommen, weil die wissen dass ich den Koffer habe! Haben wir noch eine Drohne? Nein gell? Ich weiß nicht ob noch welche leben! Wir haben einfach alle umgebracht! Die Runde war aber richtig geil! Hast du den unten gelootet? Ja ja! Vielleicht nicht alle! Schau mal nochmal nach! Da sind noch welche! Da kommen noch welche! Wo? Nein! Hä? Ja ja! Aber keine Bots halt! Ja ja! Bots! Wir haben einen Zulauf! Ich hab so viel Geld einfach! 90.000 gelootet! Einfach! Die Runde muss ich eigentlich zusammenschneiden! Die war geil! Das war richtig geil eigentlich! Vor allem am Ende! Das war halt irgendwann der Zeitpunkt! Ich hab keinen mehr von Bot und Echt runtergefallen! Du siehst an diesen komischen Kreisen! Und dann hatte ich keine Muni mehr! Da muss nicht ne Gegner Waffe nehmen! Die war scheiße! Ich hab so viel Loot alter! Ich hab Sachen! Ich hab irgend so ne Waffenkiste für unseren Truppen! Ich hab so viel Zeug einfach! Oh mein Gott! Warum haben die uns gepusht? Sind die dumm? Die sehen doch, dass wir... Da kommt ein Gegner! Warte, Mann! Ich hab ne Idee! Warte, Mann! Ich hab ne Idee! Warte, warte, warte! Warte! Nein, Mann! Fast mit Prezi auch noch den Tüten getötet grad!